Das Turnier ist scheiße, langweilig, das ist kaum zu fassen Ich mich sage, ja, wer allein soll dir falsch an, mich zu hassen Team Nightfly, jetzt sucht der Sound hier aufgedreht Bei dem Teilnehmerfeld krieg ich sofort Augenkreis Die Punkte, Skala, Kanzler, dir getrost in den Arsch schieben Wie kannst du beim Hochladen der Wildcats keine Krampf kriegen? Ich hab schon wieder Bock, dir die Augen auszukratzen Und du Vogel denkst dir nur, was ist denn los mit Carsten? Royal Puncher Battle, dick wie der Burger King Challenge Und dick wie der Leiter ist, hat er sich Angst vor Balfänger Schlaggie ist ein Junkie, J-K-O Und weil ich nicht kiff, ah ne warte, das ist ja geil, J-K-O Fuck egal, du bist scheiße und ich schlag dir die Fresse ein Deine Mutter krank dir ins Wüsten und du pisst da auch noch heiß Und das ist nicht nur ein Spaß, sondern dein Lieblingsgericht Mir fällt kein Reim mehr ein, also fick dich doch einfach Battle-Rip ist einfach nur noch peinlich geworden Fahrrader, weil wir sind die meisten Jurore Oder der Großteil dieser Teilnehmer Fick die Bullen, ey Battle-Rip ist einfach nur noch peinlich geworden Fahrrader, weil wir sind die meisten Jurore Oder der Großteil dieser Teilnehmer Fick die Bullen, ey Was soll das Bilde für ein Wettkampf sein? Anscheinend kommt hier jeder Hobby-Rapper rein Wir auf einem Devline-Type passt zum Style, weil Nach dem Battle gegen uns bei euch nur noch eine Devline bleibt Willkommen zum Royal Punchline Battle Wohl eher wer kann hier am schlechtesten rappen Einer schlechter als der andere, wir mucken auf Wir nehmen ne Runde auf, ihr fliegt die Runde raus Ihr klingt nicht geil und seid keine krassen Gegner Da ist ja meine Toilettenspülung angenehmer Ich geh mal kurz zur Quali glotzen Okay Ich geh kotzen Wie kann man nur so tight sein wie Team Nightfly Wir sind die pure Geilheit auf dem Devline-Type Minus 1 in Power, wir laufen über euch, man Ihr Fußabstreicher, so wirft ihr überzeugen Battle-Rip ist einfach nur noch peinlich geworden Fahrrader, weil wir sind die meisten Jurore Oder der Großteil dieser Teilnehmer Fick die Bullen Battle-Rip ist einfach nur noch peinlich geworden Fahrrader, weil wir sind die meisten Jurore Oder der Großteil dieser Teilnehmer Fick die Bullen Fick die Bullen Fick die Bullen